Lieber Golfer, ich lade Sie ganz herzlich zum exklusiven Einzeltraining zusammen mit mir ein. Mein Name ist Frank Trollinger, ich bin Erfinder der Free Release Methode, einer Methode, die auf aktiven Bewegungselementen basiert. Haben Sie das Gefühl, dass Sie es wesentlich besser können, dass Ihr bestes Golf noch in der Zukunft liegt? Sie haben recht. Wir holen aus Ihrer Performance-Möglichkeit bis zu 35% heraus. Der Durchschnitt liegt im Großen und Ganzen bei 15% und auch wenn Sie ein Semiprofi oder Torspieler sind, haben wir schon Spitzenwerte erreicht von 18% Verbesserung in der Performance. Wie gehen wir vor? Wir analysieren zuerst Ihren seitherischen Schwung, nehmen ihn auf mit Highspeed-Kameras und Doppelradar, machen über 180 Einzelbilder von Ihrem Schwungablauf und erklären Ihnen, woran es liegt. Nicht an Ihrer Person, sondern an der Ihnen übermittelten falschen Betriebsanleitung, die es nahezu unmöglich macht, eine reproduzierbare Schwungqualität umzusetzen. Wiederholbarkeit von guten Schlägen ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Lernprogramms. Warum? Weil wir es wie niemand anderes auf der ganzen Welt geschafft haben, den Körperschwerpunkt in der Position Setup-Balance, Rückschwung-Balance bis zum Ball-Impact nahezu fixiert zu halten. Das ist wiederum die Voraussetzung, dass Sie eine Wiederholbarkeit umsetzen können. Ein weiterer Punkt, den wir bei Ihnen ansetzen, ist die gesteigerte Energieübertragung auf den Golfball. Dies bedeutet natürlich etwas mehr Distanz, ist aber für uns mehr der Punkt, dass Sie den Ball wiederholbar treffen und dadurch kommt dann automatisch dieses Thema, weil wir den Punkt Ball-Impact-Winkel wirklich messbar Ihnen vorlegen und auch deutlich machen und vor allem auch verbessert trainieren können. Ein dritter Punkt unseres Trainings ist die gesteigerte Zielpräzision. Das heißt, wir messen mit Ihnen die Abweichung von Ihrer Target-Line und verbessern auch diesen Punkt durch reproduzierbare und vor allem Core-Balance-Schwungmotorik. Der vierte Punkt in diesem Einzeltraining ist der Punkt, dass Sie einen wesentlich gesünderen Golfschwung umsetzen können. Das heißt, Sie kämpfen nicht mehr gegen Ihre eigene Anatomie, Sie belasten nicht mehr in der seitherischen Art und Weise, und das ist eine dramatische Art und Weise, Ihre Gelenke, Knorpel, Sehnenbänder, Meniskus, Bandscheiben, Hüften, Ischiasnerven, Iliosakralgelenke und so weiter. Aber auch Handgelenke, Ellbogen und Schulter werden schonend behandelt, oder schonend behandelt, wenn es darum geht, einen funktionalen Golfschwung umsetzen zu können. Ich freue mich auf Sie und ich sage Ihnen, ich empfehle sehr gerne, diese 3x3 Stunden aufeinander folgend an drei verschiedenen Tagen oder aber auch einen Nachmittag- und Vormittagskurs. Es gibt auch für spezielle Fälle Abendkurse von 19 Uhr bis 22 Uhr. Wir machen irgendwie alles möglich, damit wir Ihren Vorstellungen gerecht werden können. Wir sind sehr, sehr gut gebucht. Bitte gestalten Sie Ihren Terminkalender deshalb aktiv mit. Es gibt für uns kein Wochenende, kein Feiertag. Wir sind rund um die Uhr hier im Einsatz, weil die Nachfrage wirklich bedeutend groß ist. Aus Deutschland haben wir, glaube ich, über 303 Städte, wo unsere Kunden herkommen. Unsere Kunden kommen auch aus Australien. Wir haben jetzt wieder jemanden aus Australien, aus Japan, aus USA, Kanada, Frankreich, Holland, Schweden. Das sind sehr begeisterte Golfer. Schweiz und natürlich auch Österreich. Ich freue mich ganz herzlich auf Sie und ich kann Ihnen garantieren, Sie werden Spaß haben, Sie werden vor allem Ihr Spiel signifikant verbessern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.